War das der Wachhund von Ludwig dem Vierzehnten? Warum liebte John D. Rockefeller diese Rasse? Was hat dieses putzige Tierchen mit Piraten zu schaffen? Hat dieser Hund ein Videospiel inspiriert? Und warum ist der American Eskimo weder amerikanisch noch ein Eskimo? Hier kommen die besten Freunde des Menschen. Die Mutter ist ein Wachhund. Die Mutter ist schlecht. Betriebe. Die Mutter ist schlecht. Das wirdamente der理적인 Art of die Menschen im Hinblick auf. Daher ist ein Wachhund.